Willkommen in der Show Willkommen in der Show Willkommen in der Show Meine Damen und Herren Willkommen in der Show Willkommen in der Show Willkommen in der Show Willkommen in der Show Now this, ladies and gentlemen, is a classic Greek tragedy. Yes, so we've had our prologue, our three acts, and so welcome to our epilogue. And as with any Greek tragedy, to sort out all the loose ends, to tie up the stories, welcome the Deus Ex Machina, the God that will save our story. In the end, Pinocchio has a great solution. He had a piece of paper in the garden of 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 the garden. Willkommen in der Show, meine Damen und Herren. Willkommen in der Show, meine Damen und Herren. Willkommen in der Show. Willkommen in der Show. Willkommen in der Show, meine Damen und Herren. Willkommen in der Show. Willkommen in der Show. Willkommen in der Show, meine Damen und Herren. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen in der Show, meine Damen und Herren. 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 Vielen Dank.